Ganz bewusst, weil das ist auch einfach, das ist ein Menschsein, dass wir ganz echt zu uns sind und sagen Hey ihr Lieben, hey ihr Lieben Heute gibt es mal wieder ein neues Format Die Impulse sprudeln regelrecht Ja, wir haben schon ziemlich aussortiert, finde ich Und ein paar waren einfach so wiederholt und vehement, dass wir jetzt die Meisterklasse ins Leben gerufen haben Sozusagen der Starter für deine Meisterschaft Genau Wir ermöglichen das allen, die noch nicht in der Meisterschule waren Um einfach mal zu sehen, wie geht es dir denn in einem Format wie der Meisterschule Natürlich ist die Meisterklasse, weil sie eine Woche geht Fünf Abende lang sozusagen Ein Starter oder ein Ergänzer oder ein Unterstützer bei all dem, was du eben so in die Welt bringen willst Also für manche ist es vielleicht auch schon der vollkommene Flash Ja Sozusagen Weil es geht natürlich unglaublich tief Durch diese fünf Tage aneinander rütteln wir langsam unglaublich viele Sachen frei Und es entsteht so viel Heilung Das ist wahrscheinlich, wenn du schon in der Meisterschule warst Dann kennst du es Weil in der Meisterschule ist auch eine Woche lang Fünf Tage aneinander Genau das Gleiche Nur das Drumherum Einfach es Die Meisterschule ist Ja Also wir wollen wirklich immer wieder auch betonen Unsere Megaformate und ich finde die Basis vom Loa Hoku Ist die Meisterschule natürlich und der Entwicklungsurlaub Und alles was drumherum ist, ist ergänzend, erweiternd, tiefergehend, unterstützend Genau Du spürst es Und die Meisterklasse ist für dich eine super Gelegenheit Wenn du sagst, du möchtest wirklich mal was für dich tun Du möchtest wirklich mal erkennen, wer bin ich Wo bin ich wie Was sind meine Reaktionen auf Menschen, auf die Welt Wie erlebe ich mich Und wo sind vielleicht so ein paar Nebel in mir, die ich noch nie angeschaut habe Und natürlich bleibt es ja dabei, nicht bei dem Erkennen Sondern wenn du uns kennst, weißt du Es geht ja immer sofort bei uns auch ins Heilen, ins Lösen Wir bekommen neue Tools in dem Moment Die dich weiterbringen, die du in deinem Alltag anwenden kannst Also es ist ein abgeschlossenes Format Das ist ein super Format, das ist alles drin Und das ist wie gesagt an fünf Abenden, fünf Stunden Das Feld der Wunder ist wieder dabei, so wie in der Meisterschule auch Nur natürlich entsprechend kürzer, weil es ja nur eine Woche ist Das ist sozusagen dein Türöffner Genau Dein Türöffner für alles, was bei dir dann im Leben starten kann Weil es ist was ganz, vielleicht sogar, ich weiß jetzt nicht, ob es was Menschliches ist Aber es ist was, was ganz oft ist Dass der allererste Schritt sich super schwierig, super groß und so weiter anfühlt Und darum laden wir dich ein, dass er leicht für dich ist Genau Dass du sagen kannst, ja, ich spüre meinen Ruf Ich spüre auch so langsam, es darf sich jetzt endlich mal was verändern Und so kann ich mich ganz gelassen fallen lassen Genau, auch die Meisterklasse ist für alle ab 15 Das heißt, wenn du mal was ganz anderes machen willst Und sozusagen ehrlich deine Umwege sparen willst, dann kommst du Und wir nehmen die Meisterklassen ganz bewusst an die Stellen An denen keine Möglichkeit für eine Meisterschule gerade gegeben ist Wenn du nicht schon drin bist Ganz bewusst, weil wir sagen, das kann dein Einstieg sein In die dann folgende Meisterschule Und das kann überhaupt dein Einstieg ins Spiel des Liebens sein Also gönn dir dieses wundervolle Format an Inhalten Naja, das siehst du alles in der Meisterschule Wir specken da nichts ab Wir sind immer ganz, wir sind immer ganz und gar in den Formaten Deshalb bekommst du natürlich entsprechend die Inhalte, wie sie in der Meisterschule auch sind Wie sie in dem Moment für dich, für die Menschen, die da sind, am besten schwingen Ja Oder? Ja, mehr gibt es gar nicht zu sagen Es gibt auch unendlich viel über die Meisterschule Und im Endeffekt ist es vielleicht wichtig für deinen Kopf, dass du jetzt nochmal die Seite durchliest Dass du jetzt nochmal guckst, das Video und so weiter Und wenn du es in dir spürst, dann weißt du schon Ja Dann gib dir die Zeit, guck nochmal nach, lies vielleicht Vergleich-Tests, die es bei uns nicht gibt Und dann vertraue einfach auf deinen Kopf Ja Und wirklich, jetzt ist die Schwelle so niedrig Wenn du mit der niedrigen Schwelle deinem Impuls nicht folgst, hack den Impuls endlich ab Das ist wirklich ganz, ganz wichtig Wenn du auch da sagst, nee, das ist jetzt der falsche Termin, lalalalala Dann hack den Impuls ab Weil es ist nichts schlimmer als ein Impuls, der das Gären anfängt Du weißt selber, wie das ist, ne? Wir haben einen Sommer, da gärt ganz schön viel, das ganze Obst gärt Und für manche Reifeprozesse mag das gut sein, für dich ist das Gift Weil gärnde Impulse, die du einfach nicht umsetzt, dich auf lange Sicht einfach nur tüten und zerstören Also wenn du jetzt deinem Impuls nicht folgst, dann lass es stecken Ganz bewusst, weil das ist auch, das ist einfach, das ist ein Mensch sein Dass wir ganz echt zu uns sind und sagen, nö Also ich habe immer wieder den Impuls und mein Kopf will nicht Meine Persönlichkeit, ich will das alles nicht aufgeben Ich hänge an den alten Dingen Sei echt, dein System kennt dich gut Und wenn du dich kennenlernen willst, dann sehen wir uns In der Meisterklasse und dann wahrscheinlich auch in der Meisterschule Ja, und wenn du die Meisterklasse überspringen willst Gibt es natürlich jetzt auch schon die Meisterschule, die im Oktober wieder beginnt Beginnt allerdings erst Ende Oktober, also ist schon noch ein bisschen Zeit dahin Es gibt genügend, was du dazwischen machen kannst, wenn du Lust hast Und du weißt selber, was für dich gut ist An der Stelle gibt es bei uns keine Regeln, weil du groß genug bist Für jede Entscheidung, die du triffst und für alles, was sich richtig für dich anfühlt Bist du groß genug Und nutz auch gerne die Möglichkeit, uns zu fragen Wir sind da Wenn du uns schreibst, antworten wir dir Immer Wir freuen uns auf dich Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.